Geht mal der Aberin! Aua! Nicht hoch! In nem Rickett! Er ist noch nie ganz wach, wie ihr sagt. Blätschicht oder so, wie ist man ja nicht. Hallo! Es könnte schon einfach sein. Uhr ja, ja, ein bisschen drauf. Jetzt, jetzt, wann, dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, mit mir Gabi zu Hause Ist doch am schönsten Und, äh, unser Zuhause ist fertig Hab ich über Nacht fertig gemacht Ähm, ich hab jetzt auch Linksherum ein bisschen mehr Platz gemacht Konnte aber nicht weitermachen Weil dauert ein bisschen länger Und, äh, Zombies, ne, also War ein bisschen immer Puppes Ich musste immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Muss ich nur austauschen Aber das kriegen wir schon hin Jo, das müsste eigentlich machbar sein Aber wir werden uns heute um den Anderen Händler kümmern Mal freischalten heute Ähm, ich habe jetzt auch alles mit bei Diesmal habe ich Honig mit bei Jut, hatte ich ja letztes Mal Antibiotika Aber ist ja, ja, äh Vitamine, alle da Munition, alles Ich glaube, wir können los Aber die Narrenpistole und so lasse ich hier Ich habe nicht vor, unterwegs irgendwas zu bauen Nö, das habe ich nicht Nicht die Bohne Ja, vor allen Dingen Muss das nicht mal hoch und runter Wegen Holz Ist schon scheiße Nachts Holz zu farmen War noch beschissener ist das Wenn du Zombies am Arsch hast Er kann es ja globen Benzin habe ich vergessen Aber ich habe es geschafft Mit leichten Bläsuren Aber ich habe ja alle da Um das hoch zu heilen So Mit dem Eingang Das werde ich auch noch ändern Wie gesagt Aber alle zu seiner Zeit Ui Was schönes war Du konntest auch eben schön Von oben Schneiden Mit der Armbrust Das war richtig gut war Das hat nie gefallen Aber gut Ich muss da lang Bitte einmal drehen Und wir sehen uns gleich wieder Bis gleich So, da bin ich mal Wille Kicken sie mal an Wo wir hier sind Ach, naja Gut Den Händler haben wir ja schon Das ist das Wenn man Vorauspesen tut Aber Moment mal Wenn ich jetzt die Quest so beende Ne, ich nehme ja hier keine Quest an Ich wollte gerade sagen Dann kann ich ja gleich nochmal loopen Haha Moment mal Wir sind eigentlich lange genug weg gewesen hier Ne Vielleicht hat er ja noch ein bisschen Munition für uns da Moins Jo, jo Gib mal ne Quest Ey, schon wieder ne einer Quest Naja, juh Was hab ich erwartet Ist ja noch nicht so Let's go, do you need this Ist noch nie respawnt Oh, der Schwarte, schwarte Ich hätte so gerne gelootet Aber nein Na gut Na gut Dann dauert das noch ein bisschen Aber wir haben jetzt eine Quest angenommen Da kriegen wir schon Wir kriegen schon unseren Nut zusammen Aber mach ich mir ja keinen Kopf Passt schon Vor allen Dingen können wir Wie ihr sagt So ein bisschen Munition Absnacken Moment mal Vor allen Dingen kann ich hier Nahrung absnacken Warten Sie Wölfchen Hä Moment mal Das probieren wir gleich nochmal Genau Zeig mir mal deine Rüssel Und weg ist der Rüssel Äh Messer hab ich zwar mit bei Aber das So ein Billo-Messer Messer Messer Messi Wie jetzt Achso Das war unser Teil Hat ich doch schon gelootet Das auch schon Wir waren doch schon hier Mensch Kabin Hatste doch Habe ich ja auch schon gelootet Hier ist ja alles schon gelootet Was soll denn Das macht ja überhaupt keinen Spaß So wir haben unseren Ach das ist ja Das kommt mir auch bekannt vor Sehr sehr komisch Ja gut Reaktivierung Ist abgeschlossen Aber hier waren letztes Mal Keine Hunde gewesen Wegschaut Lieber es trotzdem Okay Aber hier sind es wir Die durften ja jetzt Und ich mich spawnen Oder Wir gucken später nach Wir schauen da später nach Wir wissen dass da oben Hund ist Leute Lassen sie mich durch Genau Und Es waren zwei Hunde Und zwei Hunde sind Wie immerhin Immer noch dumm Und die Schuhe habe ich mit bei Den Bullen war mal da Ich habe so nicht hierfür Ich könnte die Zeug brauchen Die nächste Ja und unseren Aufgang Äh Ausgang Auf aus Weg zu von Im Gang Habe ich mir auch schon Einzwee Sachen überlegt Die wir machen werden Naja Aber alle zu seiner Zeit Erstmal pullen wir hier Ein bisschen rum Naja gut Den Grab muss ich aber Auch noch machen Den müssen wir auch noch machen Macht sich ja nichts von alleine Aber ich bin da Juter Hoffnung Das war Das schaffen Wollte ich gerade sagen Es ist kein Kopf Nee Nee Wollte ich mal woanders hin Das ist merkwürdig Die Zombies Im Haus Scheinen wirklich taub zu sein Aber volle Möhre Der da draußen Hattet ihr gehört Ja er Pennt Ja okay Wies der nie Was der für einen Tag hatte Vielleicht hat er Einen anstrengenden Tag Ja 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 Brich mit der Hand Äh Wo denn Er ist noch nie ganz wach Wie gesagt Beetschicht oder so Wies man ja nie Sicher 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 Ohne Kopf kann er nie beißen Er kann es versuchen Aber es wird nützt Kann von hier Immer nur Knochen Immer nur Knochen Ich hab die Knochen so satt Die schmecken die mich nicht Puff hart Was Das nehmen wir hier noch Also erstmal an Ist doch gut Wir haben noch mitbekommen Dass du da bist Ist kein Geheimnis Zombie da draußen Mr. Zombie Das kann ja nüch sein Ist ja außen Jawohl Träsore können auch So dran sein Also Alles kann Nüch muss Ja gut Hier scheint schon lange Keiner mehr zu Da gewesen zu sein Der alles verjammelt Knochen Immer diese Knochen Ist schon Knochenjob Das Gang Hier ist natürlich nüchst Ja gut Die Brille Was bringt ihr die? Erstmal Ne Ich hab ja Schrott Ne Ich hab ja nie Ja okay Das macht ja kein Unter Doch Das hab ich nur schon gesagt Ich hab nix gesagt Nö Ich bleib bei Mein Beutebonus Der muss sich zwar noch Ein bisschen einpegeln Aber Ich bin froh Ihn zu haben Er nagt an jeder Ecke Hier rum Hihi Er soll sich ruhig Ein bisschen anstrengen So leicht Mach ich ihm So Da ist auch Nüch Und wieder Anvisieren Kloppen sie bitte an Hallo Es könnte so Einfach sein Oh ja Gut Ist es aber Oh Nichts Na vielleicht Tatsache Es ist Müll Ich lobe dir das Einfach bloß so Eine Wandverstärkung Für die Hier Ist da einer Drinne Natürlich Puppis in die Höhe Ja nö Ein Tresor Jetzt reicht Wo ist er denn Hat er die von der Stange Aufgehalten Oder was Die hat tausend Gar nie Gut Hast du noch mal Glück gehabt Zombie Hast du noch mal Glück gehabt Aber warte mal Ich komme gleich raus Denn es ist aber Ramazama Ich sagte dir Riesig dir die Sturren weg Volle Möhre Mit meinem Boomstick Ja ist doch gut Lass dir mal was Neuteln Oh was haben wir jetzt hier Oh AK-Parts Ach ich Gefällt mir Ja ist ja gut Sag mal Habe ich jetzt überall So einen Griff drin Ich guck mal nicht Achso Da sind ja schon Zwei Modsteile Drinnen Ist auch schon drinnen Naja gut Wie gesagt Ich brauche besseres Werkzeug Aber das habe ich Letztes Mal schon gesagt Aber leider habe ich Jetzt so durch den Einbau Äh Umbau Das Eisen Nicht richtig Eingeschmolzen Anders gesagt Gar nicht Ich habe mir gedacht Das geht auch später Was soll das Jetzt sind sie da Jetzt sind sie da Jetzt Jetzt Randa Ui Ramba Ui Rambatui Äh Rambatui Was wo Ah Tu Penner Äh Dit habe ich Natürlich nicht Mit bei Ja So Das heißt aber auch Hält mir jetzt Mich schon von den Augen Aber dit hilft ja auch Äh Jut Jut Ich habe gedacht Der war schon tot Also Ihr wisst schon Ja Habe ich mich wohl Getäuscht Naja Wie wollte ich eigentlich Hier nochmal reinschauen Die zwei Hunde haben Oh nee Reicht Nö Das ist nicht wie es war Und das heißt hier Das auch nicht Naja Was ist denn Was ist denn los Ich habe einen Froh Arsch Im Heil Jut Ich bringe uns schon mal hin Jo Naja Jut Dann gucken wir mal Was ist das ja alle da Haben wir die letzte Mal ausgelärt Ich glaube ja Naja Fast Ich habe doch gesagt Ich komme wieder Es war nicht gelogen So Da sind wir wieder Spannend Aber jetzt will er Munition kriegen Das wäre ja ganz nett Naja Jut Immer dette Und immer dette So Nächste Quest Park Nee so viele Hübser Ja So Schmeißen wir mal die Nee 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 so schnell Kann ja weg hier So Wart mal Ähm Ich habe da Jetzt immer nie nachgeschaut Ne Jut Das ist jetzt nicht Was ich gerade sage Oh Müsste ich jetzt Genau jetzt haben Jut Auch wenn ich jetzt wollte Könnte ich mir das Nicht leisten Noch nicht Noch nicht Aber bald Ich habe dich gehört Ich habe dich gehört Ich hätte dich hochverkaufen können Kette Fahrradkette So Schön 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 Mal gehen wir mal hier Krähen Oh Vorsicht Hase Du verletzt dich Aber danke dass du nochmal gesagt hast Guck mal bitte runter Nee Wir sind ja jetzt zerschellt Ich wollte gerade sagen An unsere Karre Jut Eal Ich habe mir gedacht Ich kann mir jetzt noch ein bisschen Pflege absnacken Naja Jut Jut Hallo War ja wohl klar Oder Klar war de klar Araizoyani Schmanaglan So Tür ist verschlossen Dürfte ich wieder haben Dankeschön Und bis jetzt Mein anderer Pfeil Penner Die kostet noch Geld Die kostet noch Geld Waa Joa Nee brauche ich nicht Lass mal jutzeln Und die nutzt schon ja nicht Jut Knifft Krieg 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 den von hier Och Was soll denn Nitte Geht doch Es geht doch Dankeschön Naja jut Eine Tasche Eine Tasche Oh Ne Hab ich da auch schon Das haben wir doch Alles schon Nehmen wir erstmal die Knifter Äh ja Nauter Du riechst nach Tod Oh ein Tresor So Na und Was ist jetzt hier Ui Drei Rezepte Das gefällt mir sehr sehr gut Gut Wollen wir es mal mit den Loops Nicht übertreiben Denken sie sich bestimmt Jut Dann würde ich mal sagen Wir können runter Ganz munter Kriegung Gott vergessen Ne 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 Ist Aus dem Blumenpott Auch Blumenpötter können gefährlich sein So Wem haben wir denn da Na Macht nicht aber ihn auch heute einfach Wenn heute los Gut Machen wir Machen wir Schön 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 Komm Hä Achso Ich Sie war in toten Winkel Ich hab sie nicht gesehen Die Lampe Gut Gut ich sieg ihn Dann müssen wir bloß noch in den Keller runter Aber wenn ich denn so überlegen Das hat ja bei Esch auch so gut funktioniert Und in den Keller Hoffentlich muss ich mir nicht die Hand absehen Hätten sie haben wir nämlich noch nicht Aha Anspielung So Und da sind sie mir da die Knochen So Dann sind wir hier durch Wir ziehen you durch Na ja gut Kommen sie mal Hallo Dankeschön Der Rest kommt hoch Nee Nee Der ist draußen Oder Da ist ein Kopf Schon wieder so leicht Der da oben will Verrat mich doch nicht Weite Plunse Lass den ruhig mal Hä Gar nicht gesehen Bluten Ohne Schaden zu bekommen Yay Haben wir doch alle gewollt Alle Meins 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 Da kannst du oben Rammerzhammer machen Wie du willst du Zombie Daran wird sich nichts ändern So Musst du durch Boah Geiler Luft Hallet mir Und ich muss nie teilen Also mit den Untoten Naja doch Irgendwie schon Irgendwie schon Müsst du langsam durch sein Oder läuft der ein Kreis Der hört sich für mich so an Exakt hat so nischt Er ist plate Total plate Aber jetzt wollte ich doch Irgendwas fallen lassen Äh Eine Rose Kann ich eigentlich auch noch essen Und Ditte Hat der es immer noch näher Schafft Was für ne Weichwurst Ich würd mal Ne Hier ist noch was Oh Kann ich es übersehen Ah Gut Ich wünsch dir jetzt Jut Äh Ich würd mal sagen Hier sind wir durch Sag mal Hab ich eh einen Punkt Für mein Inventar Es ist Langsam Zeit Hallo sie Waren sie derjenige Der so nen Lärm gemacht hat Bin es wohl Setz dich mal auf der Treppe Auf der Stelle Ah Er war einfach bloß nett Und wollte sagen Ich hab dir die Tür aufgemacht Tut mir sorry Hättest dir auch was sagen können Und diese Verstehe ich nicht Oh Gut Dann nehmen wir das auch noch mit Ich hab die ganze Zeit In den Haus Ja nicht Ob ich auch nicht Ob hier Ob hier Schnaff in der Rieche war Und wenn Und in den Keller Na ja Jut Immer kann man Übersehen Oder nicht dran denken Das ist nie so schlimm Wer hat sie denn Das geschafft Oder ist sie erst dann Zack Bums Und dann Biene abgenagt Na ja gut Andersrum mietet ihr Ich bin schon klein Ich komm da nicht ran So Karre Ich bin unterwegs Moment mal Ich bin gleich unterwegs Ach Wo ist denn der Hase Der ist doch hier Stubsid Na gut Der ist bestimmt schon weg So Auf Auf Und davon Schön Munition Will eigentlich Schnecken Gefällt mir Das ja gut So Dann bin ich Oh Willa Also Inventar ist leer Also außer Das was ich jetzt Wenn ich dran denke Hochverkaufen will So Aber erstmal Munition Hoffentlich Hoffentlich Ah 100 Schuss Yes Und Äh Na ja Jut Na ja Jut Ich nehm mal die Mott Weil jagen Hab ich noch nie vor Nee War Wollte Denk Mensch So Schon der nächste Händler? Wir tun ja schnell Ich meinte Pardient Wir sind halt Jut Ne Alter Wir werden von Ene Ecke Zu Änder Ecke Geschickt Bin ich hier Ein Laufboot Oder Wat Jut Irgendwie Schon Jut Äh Jut Jaja Sprich mit der Hand So Open Jaja Ein bisschen Munition Jajajaja Das kann weg Die nutze ich Ja eh nie Die Mod Unschön Schmacko Fatz Nö Weißt du was Eisen Eisen Jut 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 So Da sind wir Ziel erreicht Ha Wer hätte es gedacht Wo wir hin müssen Ich lobe die Schachern sich die Aufgaben Zu Also Wirklich Also von Ene Ecke Zu Anderen Ecke Jut Jut War eben Teil nicht So weit Eigentlich Macht das So ja So genau Ein bisschen Mehr Sinn Würde ich sagen Ja mach mal Schnell eine Zweier Quest Ich glaube Das ist eine Jute Idee Gib uns mal Eine Quest Die sehr Nah An dir Dran ist Dankeschön Warte mal Ich wende mal Kurz hier Ein paar Sachen Verkaufen So die Lämschen Taktbums Ne will ich nicht Ich will bloß hier raus So Ich habe gerade Einen Punkt gemacht Mach mal Einen Punkt Taktbums Inventar Komplett Fertig Das ist für uns Sehr sehr gut Oder beziehungsweise Für mich sehr sehr gut Gut Das Ding ist voll Ja gut Ich lasse es mal so Müsste denn Dann machen wir hier Eben halt weiter Mit den Questen Wo wir sie machen Ist denn Und schnurrt sie ja Nach und nach Werden sie ja so Oder so Freischalten Alle So Er ist Doa Jetzt lassen wir Blatt knacken Und zwar diesmal In der Feuerstation Er wird schon nie kommen Feuerstation Bin drinne Wo sind sie denn Er ist schnell Er ist verwirrt Und Jetzt ist er tot Oh Wenn ich so weitermache Bin ich tot Ob die mich jetzt hier Gefunden haben Versteckt mich einfach Auf dem Klo Ist wo Hä Doch nicht Schade sagen Tytyty Ihr macht mir Keine Angst Nein Hauen sie ab Was wie Jetzt wo Hä Über uns Wahrscheinlich Auf die Seite Na ja Bösen Bösen Zombies Naja gut Dann brauche ich Die Tür nicht Aufmachen Machen die ja Schon von alleine Was wo denn Hallo Sie Achso Jetzt will ich Auf den Schlag Der Streich Der ist schon mal weg Ich schließe mal kurz Die Tür Es wirkt mir langsam Ein bisschen zu Aggressiv hier drin Äh draußen Jetzt kommt ich schon Durch Fenster durch Oder was Die Tür Die Tür Die Tür Was ist er denn Oh Was ist er denn Oh Der ist runtergefallen Wann Wohin ist er nicht Wir werden schon sehen Er wird uns schon Entgegenkommen Würde ich mal sagen Da komm ich nicht hin Hallo sie da Sie haben festen Schlaf Sind sie nicht der Einzige Der ist ja oben Muss ich ja so oder so Rufen Ich hab bloß eh ein Holz Mit bei Kommt ein Ditte Bin ich aber nicht vorbereitet Deine Sauerei Äh scheint die sind ganz schön stinkig Die ist ja nie Wieso Ich bin doch eh ne Ich bin doch eh ne Schlaf Komm doch ja nie Wo Ich schaffe es ja noch nie Mal selbst hier hochzukommen Hä Achso Ich bin doch in der Hocke Missy schick Damit hab ich jetzt nie gerechnet Aber die Ocke nicht so Wieder aussehen tut Reaktionszeit Teufel Teufelsache Nimm dein Gesicht Boah Jetzt hab ich sein Gesicht Und meine Gesicht Boah Ist ja Ich Okay Die sind unter mir Ich Mal bei denen Einfach so runterspringen Und dann die Na ja Jetzt ist es zu spät Die sind ja schon da Dann würde ich mal sagen Ramazama Dann können wir auch gleich Den Treppenweg nehmen Mach die Sache Ein bisschen einfacher Das verschlossene Junge Und dann nehmen wir mal kurz hier rum Und holen uns den letzten Luli Könnte sein, dass wir ein bisschen laut sind Aber na ja Ja gut Die Session muss ja auch sein Achso Zum Glück bin ich noch nicht raus Die hören ja dazu Da war ich ein bisschen früh Zum Glück war die Quest noch nicht Äh Abgebrochen Ich Nehm schon mal Munition in die Hand War Gut Vielleicht brauche ich jetzt doch nicht Ey cool Stimmt ja Ich kann die ja auch so In der In Brand stecken Na schafft Das Also mehr mach ich nicht Dann müsst ihr euch schon anstrengen Jetzt haben wir Ich hab den Raum komplett vergessen Verdammt Und dabei Na ja gut Spätestens wenn ich den Loot gesucht hätte Wäre mir das aufgefallen Na ja gut Jetzt sind sie alle tot Wird ja angezeigt Wie konnte ich den Loot vergessen Ich schäbe mich Ist mir doch fast noch nie passiert Also jedenfalls dieser Loot nie Kann man den vergessen Ihr seht jetzt zwar nicht Aber ich schüttel meinen Kopf Na siehst du Das wollte ich eigentlich auch noch machen Bevor wir Abgehauen sind Eigentlich noch ein Messer herstellen Wollte ich tun Dann hab ich aber nie Na ja gut Dann ist das dem Teil so Nein Ne 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 So fangen wir ja nie an So Es geht mir bloß darum Ich hab's hier sehen Jetzt muss ich das auch mitnehmen Verdammt Das hat mir wieder Munition gekostet Ja gut Nicht so ganz viel Aber schon Einen Zweischuss Wir kriegen sie zwar wieder Aber trotzdem Die Trauheit nach Sorry Gut Ab zurück So Jetzt sind wir zurück Kicken wir mal für die Zweierquest bekommen Hoffentlich die Munition Die wir investiert haben Das wär schon mal nicht Verkehrt Ich bin wieder zurück Danke schön Nimm ich Und äh Die Vitamine Nimm ich Die doppelte Schrotflinte Brauche ich nicht Ich hab ja ne bessere Aha Und ich kann mir vorstellen Dass ich die Vitamine Demnächst brauche Aha Juhu Die nächste Quest Zack Zack Jut Aber die machen wir erst morgen Wach Würde ich mal sagen Sollte heute erst mal reichen Ich hoffe Hat er euch gefallen Ich hoffe Ihr lasst ein Däumchen da Würde mich nämlich freuen Und macht euch einen schönen Tag Ich bin dann raus Tschüüüüü